Ich grüße euch Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay Video hier in WWE Champions. Leute, es geschehen manchmal noch Wunder, Gameplay Video hier in WWE Champions gab es schon lange nicht mehr und ich habe mir für heute niemand geringeren ausgesucht als die gute Lacey Evans. Ist Bestandteil dieses monatlichen Contests, jeder von euch dürfte die gute bereits in seinem Worcester begrüßt haben und wir werden uns hier mal angucken, wie man sie in meinen Augen am besten spielt. Ganz wichtig immer der Hinweis, dass mir der Superstar auf dieser Stufe nur testweise zur Verfügung gestellt wurde, sprich nach Beendigung dieses Videos wird die gute Ute bei mir auch aus dem Worcester wieder verschwinden und ich muss sie mir hochziehen, wie jeder andere und euch auch. So, gehen wir mal hier ein bisschen rein, wollen wir mal die Fakten so ein kleines bisschen klären. Es handelt sich hier um Showboat, der Modern Era, das muss man natürlich auch immer mal ganz klar sagen, sprich, ordentlich Gesundheitspunkte sollten auf jeden Fall am Start sein. Wir gehen mal rein, Coach-Eigenschaft. Sie bringt die Coach-Eigenschaft mit sich, dass violette und grüne Juwelen im Allgemeinen mehr Schaden verursachen. Ist, finde ich, eine sehr gute Coach-Eigenschaft, was so ein Free-to-Play-Character hier so mitbringt. Für viele Superstars ziemlich interessant. Mir fällt zum Beispiel Doink gerade jetzt mal so auf Anhieb ein, wo man das wirklich machen kann. Bei einem 5000er, nee, bei einem 9000er-Talentwert kann man die Violetten und die grünen Juwelen bis zu 20% an Schaden erhöhen. Finde ich, ist eine ziemlich geile Sache, auch so für einen Stone Cold Steve Austin, für einen Zombie Austin auch nicht so uninteressant. Und natürlich darüber hinaus noch viele, viele andere. Also eine sehr, sehr gute Coach-Eigenschaft, wie ich finde. Wir gehen mal in die Links und die Ausrüstung. Sie hat die War-Verbindung, nämlich dass die Manöver im Allgemeinen mit einem Manöverpunkt mehr beginnen. Hat die Modern-Ear-Verbindung, dass die Juwelen im Allgemeinen 5% mehr Schaden verursachen. Zusätzliche Ausrüstung hat sie keine. So, das ist die gute Lacey Evans. Wir wollen mal reingehen in die Manöver. Ich will an der Stelle wie immer sagen, dass das für mich das beste Moveset ist, wie man die gute Lacey Evans spielt. Bin natürlich gerne bereit, im Kommentarbereich mit euch so ein bisschen zu diskutieren, was ihr vielleicht als besser erachtet oder sagt, na Christian, so cool ist das nicht. Ich habe mich entschieden, die gute Blau-Blau-Gelb zu spielen. Ich will gerade mal ganz kurz gucken, der Form halber, ob das ab 4 Sterne, ab 3 sogar, ab 3 Sterne könnte das ja sogar schon so spielen. Also ist das doch sowas von genial. Wir gehen mal rein. Wir gehen mal von unten nach oben. Wir haben den Running Closer, den wir verursachen, knapp 40.000 Schaden und wählen 3 Spalten aus, um daraus heilende Juwelen der Stärke so 17.000 zu machen. Heilende Juwelen, muss man sagen, tun halt deine Gesundheitspunkte wieder erhöhen. Aber man darf nicht vergessen, die verursachen halt keinen Schaden. Das ist so ein kleines bisschen das Problem. Dann haben wir den anderen blauen Move, den Handstand Bronco Buster. Wir verursachen 35.000 Schaden und machen 5 zufällig ausgewählte Juwelen zu Gelb. Und haben dann natürlich den Finisher, den Women's Ride. Wir haben den, also es ist ein Finisher. Wir machen 56.700 Schaden und wählen 10 heilende Juwelen aus, die wir dann halt zerstören und pinnen danach den Gegner. Ich möchte auch wirklich nur ein Moveset heute für Lacey Evans zeigen, weil ich persönlich für mich finde, dass dieses Moveset am besten ist. Wir wollen natürlich mal durchgehen, was wir hier sonst noch so haben. Wir haben noch den Shoulder Breaker, dass wir halt eine zufällige Anzahl von heilende Juwelen machen. Dann haben wir noch den Leg Sweep Slingshot Elbow Drop Combo. Wir verursachen halt Schaden und wandeln einen Bereich der Größe 4x1 in schwarze Gems um. Dann haben wir den Lady Lays Up. Ich glaube, das ist der Move, der bei 5 Stern dazu kam. Ich weiß es jetzt aber auch nicht. Wir verursachen ein paar und 40.000 Schaden und machen Bereich... Ey, das ist so scheiße zu lesen, muss ich wirklich mal sagen. Ich muss hier so... Warte mal. Und machen Bereich der Größe 1x4 aus... Wir wählen Bereich der Größe 1x4 aus, der in zufällige Gelbe umgewandelt werden soll. Ich weiß nicht, warum das so verpixelt bei mir ist. Ey Leute, es tut mir so leid. Aber ich kann es halt wie gesagt mit Blue Stacks nicht mehr aufnehmen. Sondern muss jetzt hier ganz einfach mal auf die Browser-Variante immer zurückgreifen. Dann haben wir noch den Twist Diving Moon Sault. Wir verursachen 41.000 Schaden und wählen zwei Juwelen aus, um daraus blaue zu machen. Man hat, finde ich, auch die Möglichkeit, sie schwarz-schwarz-gelb zu spielen. Hat sich für mich jetzt aber in meiner Testzeit jetzt nicht unbedingt als die beste Entscheidung herausgestellt. Also wir spielen sie blau, blau, gelb. Als Gefolge, wen habe ich mir ausgesucht? Natürlich den guten Jerry Lawler, um meine blauen Moves ein bisschen zu pushen. Ich habe Dolph Ziggler noch mit reingehauen, um mehr zufällige gelbe Juwelen halt zu erschaffen. Und habe darüber hinaus noch einen Coach mit dazu gepackt. Nämlich den guten Hall of Fame Bukati. Dass wir halt einen gelben Gems zusätzlich machen. Und unsere gelben Gems im Allgemeinen auch noch ein kleines bisschen mehr Schaden machen. So, so wollen wir hier reingehen mit der guten Lacey Evans gegen Naomi. Ich bin immer so ein Freund mit Absicht. Jetzt nicht die übelsten Brechergegner. Wichtig ist, dass ihr halt seht, was die Moves halt so können. Wichtig der Form halber jetzt so zu erwähnen, dass ich einen Perk drin habe. Nämlich, dass die Moves mit einem Manöverpunkt mehr starten. Sprich, die sind jetzt hier schon direkt am Stissel. So, und da will ich jetzt wirklich mal fair sein. Und wir machen halt wirklich erstmal die Moves noch nicht. Damit wir halt die Reihenfolge hier so ein kleines bisschen haben bei der guten Naomi. So, und wir wollen natürlich als erstes unseren Finisher hochziehen. Machen dafür diesen Handstand Bronco Buster. Machen jetzt in meiner Variante 10 gelbe Gems, die wir zufällig aufs Board ballern. Das Problem ist natürlich, wir haben hier kaum Gelb auf dem Board. Aber wir haben auch ein kleines bisschen Glück. Und haben jetzt hier doch ein paar Gelbe noch mit kaputt machen können. So, jetzt geht's los, Leute. Jetzt spielen wir als allererstes unseren Running Clothesline. Und Leute, guckt euer Board an. Guckt euer Board an. Wir haben hier ein beschissenes Board, muss ich mal sagen. Wir haben zum einen als Ziel, blau kaputt zu machen. Und darüber hinaus haben wir noch das Ziel, dass wir auch Gems kaputt machen, was nicht unbedingt heilende Juwelen kaputt, äh, was heilende Juwelen sind. Weil die machen, die heilen uns halt nur. Machen aber keinen Schaden. Aber wir wollen ja auch einen ordentlichen PIN-Versuch hier zustande kriegen. Sprich, wenn ihr was kaputt macht, Ihr könnt nur heilende Juwelen auswählen. Guckt euch das an, wie das hier aussieht. Damit ihr vielleicht zusätzlich ein paar Cascades machen könnt. Ein paar Gems zusätzlich mit kaputt machen könnt. Das ist sehr, sehr wichtig, ihr Lieben. Aber natürlich nicht vergessen, blau mit kaputt zu machen. Ähm, und wenn, ja, wenn es dann halt nicht anders geht, ein bisschen gelb. Ja, guckt euch ganz einfach an, wie das hier alles aussieht, ne. So, wir machen mal den mit kaputt, weil wir werden dann hier nämlich, ähm, drei kaputt machen. Es wird ein bisschen was nachrutschen, ne. Und werden dann sehen, was passiert. Und machen dann hier mal die zwei Gelben kaputt, weil wir wollen natürlich unsere Manöver wieder hochziehen. So, jetzt hoffen wir natürlich, dass zusätzlich noch ein kleines bisschen was kaputt geht. Ihr habt's gerade gesehen, ne. Also, Heilende machen halt keinen Schaden, sondern ihr kriegt halt nur Energie wieder. Und ihr wollt aber natürlich auch einen ordentlichen Pin-Versuch starten, ne. Also, guckt, dass ihr, wenn ihr diese heilenden Gems kaputt macht, dass ihr vielleicht durch Cascades zusätzlich noch ein bisschen was zerstört. So, wir haben jetzt hier natürlich das Grauen, obwohl wir haben hier erstmal schön noch Joker. Haben hier zum Glück blau. Wenn das Board gut liegt, und das hatte ich natürlich in meiner Testphase auch manchmal gehabt, hat man's wirklich hingekriegt, dass nach dem Finisher direkt wieder blau am Start war. Und du konntest dann quasi nacheinander weg dort arbeiten, ne. Das Board ist uns immer noch nicht heult. Wir haben aber schön gelb am Start. Sprich, wir können jetzt hier mit unseren zehn zufälligen Gelb-Gems ordentlich was reißen, wenn sie denn gut fallen. Naja, man hat schon besser gesehen. Aber ich würde mal sagen, wir werden jetzt hier definitiv, obwohl, werden wir warten? Nö. Leute, das sieht hier nämlich ziemlich gut aus. Wir wollen hier mal wirklich mit einem Pin-Versuch um die Ecke kommen. Wie gesagt, guckt, dass ihr zusätzlich ein kleines bisschen was kaputt kriegt. Versucht hier so ein bisschen, dass wir hier wieder ein bisschen Gelb mitnehmen. Hier werden wir mal so jetzt noch ein bisschen was versuchen. Also Gelb und Blau mitnehmen, das ist immer wichtig, damit ihr euch um eure Manöver halt kümmert. Hier will ich jetzt halt gucken, dass wir jetzt hier kaputt machen, hier kaputt machen. Dann machen wir hier die Gelben nämlich mit kaputt machen, hier die Gelben mit kaputt. Und guckt euch euer Board an. So, jetzt können wir hier drüben eigentlich wahllos ein bisschen was machen. Alles in Ordnung. Ich sag mal, die Gute ist eh Gefahr, die Naomi. Aber ihr seht's hier. Zusätzlich versuchen, was mit kaputt zu machen. Ja, hier ist natürlich schön nachgerutscht. Aber das kennt man ja, wenn der Kampf vorbei ist. Das funzt das dann mit ihnen mal. Ja. Aber so spielt man Lacey Evans. Sie ist keine, wo du sagst, okay, schnell, schnell, husch, husch. Du musst wirklich aufpassen. Du musst aufpassen, wenn du hier diese Variante mit diesen heilenden Gems halt spielst. Aber ich finde, man kann wirklich was draus machen. Wir haben bei weitem bessere Mädchen jetzt hier bei uns im WWE Champions. Sie ist nun mal der Free-to-Play-Charakter. Aber sie hat eine sehr coole Coach-Eigenschaft. Also die darf man wirklich nicht verachten. 20% mehr Juwelenschaden kann schon manchmal echt das Zünglein an der Waage sein. Also ich muss sagen, ich muss wirklich sagen, ich finde Lacey Evans gar nicht so schlecht. Will wenigstens versuchen, sie auf ein 5000er-Talent zu kriegen. Damit ich dort bei den Juwelen halt ein bisschen was machen kann. Ob ich sie bis auf 9000 ziehe, wage ich zu bezweifeln. Obwohl ich eigentlich diesen Monat schon ein bisschen vorab, was zu machen. In Champions. Aber ich bin halt leider auch nicht so im Besitz der Coins. Ja, ist eine Variante. Ist meine Variante, wie ich finde, dass man Lacey Evans spielen kann. Sie ist nicht die schlechteste. Sie ist wirklich nicht die schlechteste. Und wie gesagt, man hat auch die Möglichkeit, das könnt ihr dann auch gerne für euch mal testen, sie auch mit den beiden schwarzen Manövern zu spielen. Und dann halt mit dem Leg Sweep, dass man dort halt dann auch noch die schwarzen Gems wieder macht. Dass man da so ein kleines bisschen, ja, so ein kleines bisschen Recycling drin hat. Was man mit diesem Moveset auch hat. Ja, ich finde das aber ehrlich gesagt wirklich, wirklich besser. Gut, Leute. Gab's mal wieder Gameplay. Keine Sorge, dass zum guten Randy Schmutz Orton, wer ich auch noch mache. Den gucken wir uns auch noch mal ein kleines bisschen genauer an. Und da muss ich wirklich sagen, der ist wirklich... Da kann man auf jeden Fall schon was mit machen. Aber auch mit der Lacey Evans kann man definitiv was machen. Gut, Leute. Soll es an der Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, Keep on Wrestling. Und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.